Das ist die Annette, die hat ein ganz tolles Leporello gemacht und zeigt es uns. Ich gehe da jetzt einfach mal durch, gell? Willst du was zu sagen, Annette? Es sind verschiedene Szenen aus unterschiedlichen Tagen. Mal verrückt, mal versucht, die Schuhe einzustellen. Ich habe viele Details, die ich auch auf der anderen Seite habe. Es fehlt noch ein bisschen was. Das kommt dann. Ich muss mal drehen. Du bist da. Du könntest was durchziehen, aber jetzt mache ich es mal so. Hier sieht die Hände von der Biennale von Fischmarkt ausgesehen. Die Hände von der Biennale von Fischmarkt ausgesehen. Dann auch einfach mal eine Dachszene, an der man relativ schnell erkennen kann, dass man in Venetisch ist. Die Fassade mit den venezianischen Bögen, noch mal wiederholt im Detail an anderen Stellen. Mein goldener Löwe, der den Stadtplan bewachen wird, wenn er mal noch reinkommt ins Leporello. Und ganz zum Schluss noch mal eine Schnellskizze vom regnerischen Tag. Vielen Dank, Janett. Bitte. Bitte.